hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play speedrunners mein name ist nick und mit dabei sind wieder mal setz und schweini willkommen ich bin auch wieder da ich wollte schon sagen jetzt sag ich nicht mal hallo voll unhöflich oh nein jawohl ja ja nice hast du eh ranked regeln eingestellt sehr geil regeln 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 wiggel wiggel ja wir dachten alle zuerst da wär so ein ding ja nein du ja nein nein was verdienst nein komm mal ah man ey jawohl schweini sehr gut was sind locker schlecht das war schlecht das war schlecht nein wer sich da hier fragt schwein ist dieser b4 skill und darum hier das soll ich das sollte ich irgendwelche fragen dann nennt sich ja nicht so er hat glaube ich angst erkannt zu werden nein hauptsache keiner da unten her mein gott er rückt uns richtig nein folge gegen die mauer das ganze ganz spannend bei der nacht schwein die gibt es in der schwein die weicht aus ganz knapp das ding hier wer wird oben lang geht beide gehen unten ein schwein kommt ein bisschen besser weg an den wänden rechts ist so jetzt hat nicht überholt beide kopf an kopf rennen wer greift auch nicht greift nicht verliert ein und die eigene geschwindigkeit schwein ist echt das hat mich voll nervös gemacht macht voll bock wieder so zu kommentieren ja genau mich du bist ja das opfer hier ich hab mehr punkte als du das Nein! Nein! Scheiße! Dankeschön! Gut gespielt, meine Freunde! Ja, gleichzeitig! Ah, nein! Das ist verschlicht. Ja, das musst du mir nicht sagen. Ja. Ah, verdammt gewastet, ey. Nein! Nein! Ihr Pisser! Ich komm noch hinterher, ich komm noch hinterher! Ja, ja, ja! Ja! Lauf, 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 lauf! Nein! 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 Gewiss nicht! Nein! Okay! Schade! 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 Validiere Level, was habt ihr gewählt? Äh, einfach nur random. Äh, ja, Workshop. Oh, nö! Oh, gut! Super Speedrunner! Bei Random Workshop! Ah, ja! Ah, ja! Habe ich gewählt! Nein, es ist ja auch ne Random Workshop, ne? So ist das? Nein! Stand validiere Level! Ja! Doch! Echt? Da ist safe eine Junge! Nein! Muss! Nein! Ich kenn die Map nicht! Doch! Ich kenn die auch! Nee! Der Nachtclub ist das, glaub ich! Nein! Doch, ich schwör's dir, wir kenn die! Nee! Doch! Oh, shit! Nein, das ist... Nein, die kenn die! Doch, wir kenn die! Nein! Was soll das sein? Nachtclub! Nein, das ist nicht Nachtclub! Nachtclub ist viel schneller! Da ist ja auch die geile Mucke! Das ist ne... Das ist ne Random Map, Junge! Echt? Schwöre auf alles! Auf alles! Oha! Da siehst du sowas... Ja, ok, 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 du hast recht! Entschuldigung! Danke! Guck mal, selbst hier so'n Schwanz! So'n Schwanz? So'n Schwanz? Ach! Soll'n Abklatt von Nachtclub sein! Ja! Schon wieder zu hoch! Ach! Fick doch! Fick doch die Henne! Naaa! Naaa! Nick! Boah! Wie er durchkommt! Siegt der Alter! Jawoll! Nick kommt da durch! Duckt sich! Nein! Setz den Einzimmer aber nicht ein und verkackt! Was soll ich denn mit dem Alter einsetzen? Keine Ahnung! Hätte mir auch nicht geholfen! Ja, tschau! Ein bisschen! Tschüss! Hahaha! Lol, alter! Lol! Boah! Mir leckt der Schweine grad richtig! Ja! Leckt er? Boah! Nein, 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 nein! Leckt Salem! Wow! Komm schon, Junge Schweine! Nein! Ein knappes Kopf an Kopf rennen! Oh! Ja! Alle nehmen die Kisten mit! Ja! Ja! Nice! Der Bot macht es uns extra schwierig! Und Schweine hilft mir aber! Junge, das ist der Sieg! Nein! Schwöre, Junge! Schwöre, Alter! Hör auf Aldi! Junge, was Aldi, Mann! Die geht besser! Hahaha! Nein! Ah, verdient! 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 Uff! Nein! Nicht die Kisten! Ah, verdient! Alter, dieses Kopf an Kopf rennen! Do Bongo! Boah! Da war die Bongo! Boah! Konzentration! Konzentration! Nein! Oh! Komm schon, Nick! Jetzt musst du aber auch gewinnen! Nein! Ey, Alter! Viel zu schnell ist er noch oben! Leck Bongo, ey! Wunderschöne Wassermelonen! Anstrengend! Anstrengend! Validiere Level! Was war Tor? Ja, warte, warte, warte! 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 Meins kommt jetzt gleich! Sie passen auch gerade im Mittelfeld rum! Ja! Meine Eltern sagen ja! Warte! Ja, ich höre es gerade schon! Warte! Warte! Sie passen immer noch im Mittelfeld rum! Sie passen gerade zu Neuer! 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 Er macht etwas! Ich weiß nicht was! Er bellt nach dem Ball! Junge! Also für Italien Tor oder wie! Nein! Warte! Jetzt hat Neuer wieder ein Ball! Neuer passt nach vorne! Wow! Ich bin auch im Spiel! Krass! Jetzt kommt Doppelpass nach vorne! Ich muss gerade etwas gucken! Jetzt kommt gleich die Flanke! Flanke kommt! Warte! Ich bin immer noch drin! Oh! Oh mein Gott! Okay! Warte auf dich! Okay, warte! Komm mit dir weiter! Flanke! Schuss! Tor! Von? Von Özil! Özil! Nice! 1-0! Jawoll! Die Deckers! Die könnte Pizza fließen gehen! Lol! Oh! Oh mein Gott! Jetzt hab ich dich selbst aufgeschossen! Weil ich auf B kam statt auf A! Oh! Ich trinke mal eben was! Aber soll keiner wissen! Alter, es war schön! Schön rausgespielt und alles! Dann kam Özil reingelaufen in den 16er! Halbhooflanke! Da hat der Bull sich auch outplayed, ey! Okay! Was ist da los, Tess? Tudum! Ich sehe nochmal das Tor! Schön zurückgezogen! Wer wurde da bedrängt? Khedira war das, glaube ich, oder so! Alter! Özil läuft schön in den 16er! Von den ganzen Verteidigern weg! Volley genommen! Tor! Dropkick! Der Bot ist voll gut, Alter! Boah! Jetzt werd ich outplayed! Scheiße! Titratsame! Ah, das wurde noch weitergeleitet, das Tor! Krass! Oh! Sehr stark! Nice! So! Jetzt streng mich nicht auch nochmal an! Noch mal ein Hardtry einmal! Oh, oh! Ja! Das war mein Hardtry! Ja! Sehr schön! Sehr schön! Komm! Nächster Hardtry! Oh! Ist Z wieder auf K? Das gibt's nicht! Immer dieses scheiß letzte Scheißstück! Oh! Ich denk dann immer so, ich kann da so reingleiten und dann einmal springen! Nein! Der springt nicht in Booster da rein! Ja! Puh! So! Es sind noch genau 23 Minuten zu spielen! Okay! 24 Minuten! Und bei wie viel sind wir jetzt in der Folge? Äh... Das weiß ich nicht! Hahaha! Tess! Tess! Ich denke, wir könnten noch eins machen! Haha! Ich glaub... Tess ist irgendwas wichtiger als unser Let's Play! Das kann gar nicht sein! Gau aber doch! Selbst ich guck das Deutschlandspiel nur nebenan! Ach nee! Das ungefähr! Spiegelverkehrt! Ja, dann sieht man direkt an der Map! Ja, ja, ja! Aber egal! Wir kennen die Map eher eh nicht! Eben! Aber trotzdem! Loll nach links! Geht das? Das geht gar nicht! Nein! Ich glaub gegen Tor! Warte! Ich muss jetzt gleich wieder kommentieren! Oder war das jetzt grad äh... ein Schuss für die? Ich weiß nicht! Wir haben grad Ball! Wir spielen vorhin 16 herum! Warte! Oh Gott! Loll! Alter! 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 Ich bin ja dann zurückgegangen, ey! Wie mies! Ja, ja! Aber der Bot stand noch davor! Weil ich muss am Ende aufwachen! So, wir spielen grad noch vor dem 16 herum! Machen noch ein bisschen Ballbesitz! Mit dir? Ich hab noch niemanden schreien gehört! Also... Ja, ich hab meinen Vater schreien gehört! Okay! Entweder war das eine vergebene Torchance für Deutschland oder äh... Es war äh... ein Tor für... Italien! Ah! Da war's! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Alter! Es war abseits! Es war abseits! Super... Superchance in Fünfer und äh... Es war abseits! So! Fall und ruhig! Steig wahr! Loll! Hä?! Da unten ist... äh... wohnenlos! Musste ja die ganze Zeit angeln! Loll! 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 Hä?! Alles klar! Loll! Falsche Seite! Egal! So Jungs! Wird's gar nicht losgehen! Sind sie sich da sicher? Ich weiß nicht was für ein Item ich hab! Loll! So jetzt hier haben sie immer wieder Kopf an Kopf dann von Schweini! Machen sie mal! Warte! Nein! Und da ist der Freerun für Nick! Nick benutzt halt all seinen Booster Schweini Haken! Äh... benutzt den Haken! Oh jetzt ist ganz spannend! Wieder Kopf an Kopf, denn beide versuchen sich an den beiden zu grab... Äh... Schweini ist alles mit der Eis... Nein! Ja! Scheiße! Dann ist da so ein kleiner Nippel, ne? Tespa wie viel sind wir? Weißt du's? Äh... 14 Minuten! 40! Ok, eine geht noch! Siehste hab ich ja gesagt! Eine Runde geht noch! Eine Runde geht noch! Eine Runde geht noch! Es sind noch 20 Minuten das Spiel! Ach halt die Fresse! Den interessiert Fußball! Okay, drei Raketen! So Jungs! Hey! Speedrunner! AK Lastigkeit jetzt geht's aber rund! Ja ja! Ja ja! Will ich auch hoffen! Aber sonst müsst ihr dich rausschmeißen! Ja, schmeiß mir raus, Alter! Hier, warte ich geh mit dem TS! Ah! Das war eigentlich voll das gute Run! Fuck you! Nein! 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 Wie schnell er ist! Nein! Da bin ich weg! Haha! Da hab ich nicht einmal verhakt! Tschüssi! Ja, goodnä! Jaaaa! Komm schon! Komm schon! Tschüssi! What the fuck! What the fuck! Lauf! Au! Zu früh gefreut, ey! Zu früh gefreut! loswerden! Oh! 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 Jaaaa! Genau! Oh, oh! schon lang jawoll kommt der hook von nick oh nick hockt ihn ja aber es war fail ah shit alter muss man ja schneller reden als im csk alter gescheit spielen man kann man nur auf englisch reden scheiß deutsche sprachen so lange wörter das muss ich noch wussten BLEET NEIN Hörst du kurz jawoll NEIN NEIN wie spiel ist der da noch 18 Minuten NEIN dieser scheiß Kiste Mikrofon aktiviert Boah Junge ich nehme jede Kiste hier mit ne ne und tschüss wow yes wow ja das war's dann schon wieder mit der Folge von speedrunners mein name ist nick und mit dabei waren des und schweini vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020